Hallo Leute und willkommen zurück, ich bin's wie immer Jan und ja nächste Runde Minecraft Ender Games und ich bin wie immer Baba. Äh ja, erstmal nochmal, wenn ihr irgendwelchen Mods mal sehen wollt, müsst ihr mir die schreiben und ich gucke mir die erste Hand an und wenn ich es so gut finde, werde ich die nochmal bringen. Also mir schreibt nicht einer was, deswegen denke ich, ist es okay. Nur wie gesagt, wenn ihr wirklich mal was sehen wollt, dann müsst ihr mir das auch schreiben. Das habe ich jetzt schon einmal gesagt und ja, nur nochmal, damit es auch auf jeden Fall klar ist, weil gut, zur Zeit habe ich, ich habe, doch die Eisen habe ich, oh nice. Ich habe es zwar jetzt schon, ich habe zwar zur Zeit eher Lust auf Ender Games, das habe ich auch schon im Livestream gesagt, wenn Minecraft dann höchstens Ender Games war, das ist halt zur Zeit so. Äh, und ähm, ja, aber ich würde die zumindest testen und dann mal für ein Video, ähm, dann probieren und ja, deswegen könnt ihr mir ruhig schreiben und wenn ihr mir nichts schreibt, wird wahrscheinlich jetzt vorwiegend Ender Games kommen. Klar, viele von euch mögen wahrscheinlich Ender Games, das ist dann kein Problem, aber falls ihr doch was anderes als Ender Games sehen wollt, dann, äh, ja, müsst ihr mir schreiben, was ihr sehen wollt. Weil sonst werde ich Ender Games, denke ich mal, äh, ja, erstmal vorwiegend bringen. Vielleicht auch erstmal nur, zumindest wenn ich es aufnehmen kann. Ja, so, ähm, warte, wollt ihr mich? Ihr folgt mich. Ähm, was ich auch mal machen könnte, ist zumindest ein bisschen das HUD weitermachen. Ist eigentlich ganz schön. Folgt ihr mich immer noch? Nö, manchmal, Affikeinstellungen ein bisschen zumindest, äh, egal, ist manchmal ein anderes Mal. Oder gleich oder so, mal gucken. Äh, so, wo ist der erste? Ja, den tun wir direkt, wenn wir dahin kommen. Tak, 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 tak. Oh, er hat sogar einen Diamant, nice. Ein Jahr ist zwar nicht viel, aber ist besser als nichts, würde ich sagen. Wir brauchen aber auf jeden Fall was zu essen. Müssen wir uns gleich erstmal suchen, das vergesse ich oft. Wenn ich danach auch was irgendwie sehe, dann nehme ich es immer mit, aber sonst vergesse ich es eher. Okay, da ist noch einer ein bisschen entfernt. Das heißt, wir sammeln hier mal noch schön die Sachen auf. Okay, der kommt näher, der kommt näher. Vier Dias, vier Dias. Nice, jetzt müssen wir den töten. Bitte, bitte, bitte. Dann lass den töten. Ja, nice, 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 nice. Äh, wo ist der nächste? Oh nein. Ernst? Das war mir klar, dass der das ist. Ich hab das ja, das wäre, erstens war da nun ein Huhn. Verrückt, ah, ich kann ja nicht reden, wie verrückt hinterher gelaufen, aber gut. Konnte ich nichts machen, zu wenig leben. Naja, egal, ich glaub, wir haben zwei getötet. Ja, zwei getötet. Nice, gut, ich hatte noch die... Warte, warum hab ich die ja überhaupt noch so? Naja, was soll's? Hat der Gegner die? Doch, der Gegner hat die doch dann trotzdem, oder? Ach, keine Ahnung. Wenn nicht, das wär natürlich auch cool. Naja, wir hätten uns wieder Diaschwem machen können, aber wenn da so überall Gegner direkt hinter uns sind, dann ist das nicht ganz so leicht. Na gut, ich will nicht lange labern und sage, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und ja, ich hab mein FOV jetzt mal auf 90 gemacht, weil 90, ja, ist von COD, bin ich so ein bisschen gewöhnt. Sieht auch ganz gut so aus und irgendwie hab ich das Jump'n'Run, muss ich sagen, auch irgendwie damit besser hinbekommen. Wieso auch immer, vielleicht hatte ich auch Glück, keine Ahnung. Weil, ja, aus Langeweile mach ich immer das Jump'n'Run am Anfang, bevor das Spiel anfängt, wenn ich nichts anderes zu tun hab. Und ja, gucken wir mal, wie ich so damit bin mit dem FOV, ne? Und was mir irgendwie, ich weiß nicht, das... Mir kommt das irgendwie so vor, je größer das FOV ist, dass so... Also, das schnell rennt man. Also, klar, es ist nicht so. Nein, ich hab das echt... Egal, ich hab gar nichts bekommen. Ich versuche einfach mal Glück bei den Ender Chests. Ähm, ja. Ja, ähm, mir kommt das so irgendwie so vor, als man, die größte das FOV, das so schnell rennt man, ist es natürlich nicht so. Aber mir kommt es irgendwie voll so vor. Wie größte die FOV auf einmal, du laufst schnell, das kommt mir irgendwie voll so vor. Aber, ist es natürlich nicht, aber... Auf 90, das sieht ganz gut aus, weil... Zu weit will ich es jetzt auch irgendwie auch... Zu hoch will ich das FOV jetzt irgendwie auch nicht stellen, sieht dann auch nicht mehr... Es sieht ganz cool aus, aber so geht das gar nicht, das ist voll komisch. So ist das eigentlich... Komm mir so vor, ganz gut. Ja, ich weiß, es ist eigentlich nicht interessant für euch, wenn ich das sage, aber... Äh, naja. Müsste jetzt mit leben, ne? Ich hab gehört, hier hat sich jemand teleportiert. Na, wahrscheinlich die Ender Chests gerade von da, wo ich was geholt hab, wahrscheinlich weg. Äh, so... Zack, ich will mal spülen. Ja, schnell kann man es nicht nennen, aber... Äh, keine Ahnung, so schnell wie möglich. Naja, ich kann es schon... Ey, ich... Ich sollte aufhören zu labern, ich laufe zu viel Scheiße. Äh, okay, da sind gerade ein paar Ender Chests runtergefallen, oder? Gut, zumindest schon mal ein bisschen Fleisch mitnehmen, wenn es möglich ist. So, den werden wir jetzt erstmal töten. Okay, schaffen wir das? Ja, nice! Stirb! Bitte, komm her, komm her! Ja, oh. Der ist ein Hacker, hab ich gehört. Ich kann auch meinen, die also gerade in der Lobby, ich denke mal eher nicht, aber... Oh, der hat Känguru. Ich muss aufpassen, hinter mir ist jetzt auch... Hier sind überall Gegner gerade, das ist nicht... ...ganz so schön. Erstmal schnell was. Ich... Erstmal schnell was. So, 44 Blöcke ist das, der nächste. Ich muss... Okay, ich muss aufpassen. Da kommt... ...einer näher. Komm her! Was, trau dich! Nein, doch nicht mit Bogen! Wie soll's herkommen? Äh? Loll! Okay, da wurde ich deportiert. Ja, aufpassen, wo ist der nächste? Da ist der nächste. 30 Blöcke, ist nicht weit. Da ist der, okay. Ich will mal sagen, einfach drauf da und dann wird das schon. Okay, der hat ein Dias Schwert. Vielleicht sollte ich das nicht probieren, aber ist mir egal, YOLO! Ah, okay. Der hat mich Tool-Hit gelegt, euer Ernst! Warum sag ich YOLO? Ich hasse das eigentlich. Naja, was soll's. Äh. So, ja. Schön. Das war total gut. Der hat mich... Warum hat der mich Tool-Hit gelegt? Mein Gott, der hat ein Dias Schwert. Wie ein Juckes. Na, egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ich habe zumindest wieder eingekehrt. Ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Mal gucken, ob wir vielleicht diesmal... Na, mehr killen. Naja, irgendwie... Es ist echt komisch. Bei mir ist es fast immer so, ich töte ein und dann ist vorbei. Selbst wenn... Egal, wie gut es die Crypt ich habe, das ist irgendwie immer so. Mittlerweile geht es besser, aber irgendwie in der Aufnahme trotzdem nicht. Wieso auch immer. Aber naja, mittlerweile geht es halt besser, wenn ich zum Beispiel livestreame oder so. Weil, ja, jetzt denke ich auch öfter an den Tracker und alles. Und, äh... Das ist halt schon relativ... Loll. Willkomme ich irgendwas noch? So. Komm, den einen Eisenbarn besser als nix. Ähm. Wow. Aufpassen. Ah, man muss erst mal runtergucken vorher. Ähm. Ja. Ich... Es ist okay. Ich bekomme manchmal ganz gut. Ich habe auch echt teilweise richtig gute Ausrüstung gehabt. Sogar, wie gesagt, einfach schon gewonnen. Ja, vor letzter geworden und alles. Aber... Naja, in der Aufnahme, wie man es kennt, klappt es ja nie so wirklich. Außer natürlich bei den großen YouTubern, da muss es ja klappen. Wahrscheinlich lassen die sich alle extra töten oder so. Keine Ahnung. Nein. Ist natürlich nur Spaß. Die können das... Die sind natürlich auch besser als ich. Ja, komm. Die, da brauche ich nicht. Naja. Genau. Mal gucken. Vielleicht wird es das. Vielleicht nicht. Wer weiß. Ne. So, jetzt erst mal die scheiß Erfahrung Flaschchen nutzen. Äh. So. Ja. Gut. Ich habe hier noch gar nichts wirklich bekommen. Das ist natürlich sehr schön. Oh. 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 Ja. Den werde ich gleich... Der da vorne ist. Oh. Okay. Jetzt bekommen wir wieder gutes Equip. Komm. Ah, ich will, dass ich die Zeit vorbei ist. Komm. Ja. Achso, der Känguru. Okay. Werde ich jetzt mal schnell abbauen. und hoffen, dass jetzt in der Zeit keiner kommt. Der ist... Der kommt aber nochmal wieder, habe ich das Gefühl. Der kommt auf jeden Fall nochmal wieder. Oder? Muss ich einfach zu ihm gehen? Er ist da. Weil ich möchte mir mein Diaschwert machen. Okay. Der hat ein Diaschwert. Scheiße. Äh. Loy. Warum hat der... Loy. Was der Dreck für eine Ausrüstung hat. Okay. Ich habe verkackt. Oder auch nicht. Okay. Das war jetzt schlecht von ihm. Das war jetzt... Doch. Das muss ich sagen. Das war jetzt nicht gerade gut von ihm. Nice. So muss ich mir das Diaschwert schon gar nicht mehr machen. Äh. Schön. Ähm. Alter. Wow. Wow. Immer schön ruhig mit den kleinen Pferden. Ja. Mit den jungen Pferden. Pass mich. Oh. Ich habe gerade... Hey. Ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen. Wieder. Schlimm. So. Das brauche ich alles nicht. Gut. Kann ich da. Äh. Das brauche ich nicht. Weg damit. Ähm. Ja. So. Der ist noch ein bisschen weg. Das heißt. Erstmal was essen. Jetzt ein Crafting Table machen. Äh. So. Wie weit ist der nächste? 88 Blöcke. Bis perfekte Entfernung. Äh. Ja. So. Und. Äh. Ja. Tollen Helm, die ich da gemacht habe. Ich weiß. Äh. Wo ist? Wo ist? Wo ist? Okay. Äh. Zack und zack. Dann zack und zack. Äh. Habe ich hier noch irgendwas? Ich glaube. Ha. Schuhe brauche ich jetzt unbedingt. Ähm. Wird schon. So irgendwie. Hoffe ich. Kriege ich schon irgendwie hin. Obwohl. Jetzt habe ich noch Zeit. Jetzt habe ich keine Zeit mehr. Wo. Da ist schon direkt der nächste. Lol. Ich habe. Kein Tracker mehr. Komm her. Ja. Das hat nicht ganz so geklappt. Wie du es geplant hattest. Glaube ich. Äh. Ist jetzt echt mein Tracker weg? Nein. Da ist der Tracker. So. Der hat mir nicht mal einen Schaden gemacht. Das ist nice. Komm her. Komm her. Okay. Dann halt nicht. Der ist Delfin. Okay. Nice. Da haben wir den Next. Ich lasse das jetzt einfach da liegen. Ich denke mal nicht, dass da jetzt einer reingehen wird. Um sich. Und zu gucken, ob da wirklich ein Dia-Schwert oder so liegt. Deswegen lege ich das jetzt einfach mal ein Ding. Ich weiß, da lag halt ein Dia-Schwert. Aber ich denke mal, sonst hatte der eigentlich nichts, was jetzt für mich besonders gut sein könnte. Äh. Da kann die Sachen alle gar nicht gebrauchen. Dynamit. Ich benutze das nicht. Deswegen. Oh lol. Nein. Gib auf. Ja. Immer wenn man sich hier partieren. Ey. Das ist schlimm. Ich hasse die partieren. So. Ich benutze die Sachen nicht. Das weiß ich. Deswegen. Das lohnt sich dann für mich nicht. Dann schmeiße ich sie einfach weg. Fast schon. Falls einer sie findet, kann er sich daran erfreuen. Ja. Nix da. Das schaffst du nicht. Nice. Vier verbleibende Spieler. Das heißt, wir könnten sogar wirklich mal gewinnen. Das wäre natürlich sehr nice. Ich muss jetzt erstmal in dem Leben wieder auffüllen hier. So. Der nächste ist. Ah. Der ist weit genug entfernt. Gut. Dann werden wir jetzt erstmal wieder ein paar Sachen hier. Ah. Junge. Wir haben hier viel zu viele Sachen. Das ist schlimm. Schlimm sag ich euch. Ach. Das wollen wir nicht. Dynamite. Crafting Table lass ich mal. Boah. Da haben wir viele Pfeile ey. Heilige Kacke. So. Das brauchen wir alles nicht. Das brauchen wir nicht. Das. Die können wir alle wegschmeißen. So. Ja. Einen Tracker können wir. Wir können auch mit einem Tracker weniger leben. Aber ich muss die Pfeile echt benutzen. Weil so viele Pfeile. Das ist echt. Das ist echt nicht schlecht. Ah. Jetzt will ich. 62 Blöcke. Okay. Weil es. Ah. Das ist echt nicht. Gerade wenig. So. Hier irgendwo. Müsste gleich der. Nächste sein. Nochmal vorher was essen. Und dann gucke ich mal. Ich gucke mal. Ob ich den dann abschießen kann. Irgendwie. Warte. Der ist dahin. Jetzt wurde der schon wieder teleportiert. Oder wie? Wo ist der? Da ist der. Nein. Nein. Ich töte den gleich mit Bogen. Ich sag's euch. Und. Komm, wie fällt der noch aus? Komm her. Los, stirb. Nice. So, drei verbleibende Spieler. Da habe ich doch gut was jetzt hinbekommen. So, drei verbleibende Spieler. Das ist nice. Das sollten wir, denke ich, schon hinbekommen. Das wäre auf jeden Fall sehr nice, wenn ich jetzt in der Aufnahme mal gewinnen würde. So, wir holen uns mal einen Trank der Schnelligkeit. So. Ey, so, genau. Checker hier. So, dann würde ich mal sagen... Äh, ja. Braucht ich irgendwie nicht. Naja, was soll's. Zack, zack, zack. So, wo bist denn du? Jetzt bin ich hier unnötig rum... Jetzt bin ich hier unnötig hochgelaufen. Wow. Ich muss nicht hier irgendwie... Wow. Ich muss immer aufpassen hier. 99 Blöcke, toll. Jetzt haben die sich weit entfernt. Ja gut, es ist schön, wenn die sich jetzt totbetteln, aber... Weiß nicht. Jetzt muss ich wieder so laufen. Ah, nee. So, warte. Hier kommt's auch näher. Deswegen wollen wir vorher noch mal was essen. Kommt hier, der ist hier gleich. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Ich bin schneller als er. Ich bin schneller als er. Fuck. Fuck. Den kill ich trotzdem noch. Ja. Nice. Aber jetzt... Oh, das wird so knapp, ne? Das wird so... Das ist assi. Das... Nee. Ganz ehrlich, da schreibe ich jetzt BG. Der kann mich mal. Das ist... Nee. Nee. Alter. Nein. Das... Das... Das kann nicht euer Ernst sein. Jetzt habe ich die Endergames nicht gewonnen. Weil er so eine... Scheiß-Taktik-Eingemensung. Ich will... Scheiße ist zwar jetzt nicht gerade nett gesagt. Aber netter als das, was ich eigentlich sagen wollte. Ja. Ich denke, weil wenn er schon so eine Taktik benutzen kann, ist er entweder einfach nicht gut oder hatte keine guten Sachen. Aber ja. Ich denke mal, dass ich die dann gewonnen hätte. Naja. Ich bin zumindest Zweiter geworden. Hab jetzt sogar letztendlich halt nur wegen dieser Taktik. Dieser Scheiß-Taktik da, die er benutzt hat, verloren. Aber da bin Zweiter geworden. Aber gut. Ich hab... Ich würde sagen, ich war auf jeden Fall ganz gut. Bin Zweiter geworden. Bin zufrieden. Auch wenn Erster natürlich schöner gewesen wäre. Vor allem wegen so einer Scheiße zu verlieren. Das ist doch... Was der... Ey, das ist... Naja. Ich denke mal... Ja. Es gibt solche Leute. Was soll ich mal machen, ne? Ich meine, Tauern. Der kann ja zumindest noch was mit Schuhe gegen Mama und höchstens 5 Schaden kriegt. Aber was willst du damit machen? Keiner macht sich eine Spitzsack. Das ist so... Ach, keine Ahnung. Egal. Ich... Ich war zumindest jetzt meine Aufnahme ganz gut. Und hätte sogar, denke ich, wie gesagt... Gewonnen. Äh, was willst du machen? Egal. So. Ja. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Äh... Ja. Lasst eine Bewertung da. Ich hoffe, wir sind uns im nächsten Video. Und ich sag's wie immer. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Doc. Tschüss. Tschüss.